Wir wissen, was Donald Trump will. Er will unkontrollierte Macht. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris warnte am Mittwoch vor möglichen Konsequenzen, sollte ihr republikanischer Rivale erneut ins Amt gewählt werden. Er sagte, er wolle Generäle, wie Adolf Hitler sie hatte. Donald Trump sagte das, weil er kein Militär will, das der Verfassung der Vereinigten Staaten treu ist, sondern ein Militär, das ihm treu ist, sagte die US-Vizepräsidentin und bezog sich damit auf Aussagen von John Kelly, einem ehemaligen General der US-Marines, der von 2017 bis 2019 Trumps Stabschef war. In einem Interview mit der New York Times, das am Dienstag veröffentlicht wurde, erklärte Kelly, Trump würde in einer zweiten Amtszeit wie ein Diktator regieren. Er entspreche der Definition eines Faschisten. Kelly zitierte Trump mit den Worten, der Nazi-Führer Hitler habe einige gute Dinge getan. Ein weiterer Artikel im Atlantic Magazine zitierte Kelly mit der Erinnerung, dass Trump als Präsident gesagt habe, er wolle Untergebene, die wie Adolf Hitlers Generäle sein. Trumps Wahlkampfteam hat die Berichte dementiert. In einer CNN-Townhall bekräftigte Harris am Mittwoch ihre Kritik. Auf die Frage, ob sie auch glaube, dass Trump ein Faschist sei, sagte sie, ja, das tue ich. Auch der demokratische Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz, der bereits am Mittwoch in einer der Frühwahlstellen seine Stimme abgab, beschrieb Trump als Gefahr. Donald Trump war sehr deutlich. Bei dieser Wahl geht es darum, dass er volle Kontrolle über das Militär bekommt, um es gegen seine politischen Feinde einzusetzen, und die Kontrolle über das Justizministerium, um alle zu verfolgen, die nicht seiner Meinung sind. Eine Umfrage des Wall Street Journal zufolge liegt Trump rund zwei Wochen vor der Wahl mit 47 zu 45 Prozent knapp vor Harris. Eine am Dienstag veröffentlichte Reuters Ipsos-Umfrage zeigte Harris mit 46 zu 43 Prozent vorn.